Die Jagdsaison ist eröffnet und Jakari kassiert, doch damit nicht genug. Kaum hat sich das Video und die Nachricht verbreitet, dass der Rapper heute in Berlin geschnappt wurde von dem Berliner Label Kinder der Straße. Gibt es auch schon wieder neue Infos zu dieser Thematik, denn Angie, Teflon und Rais stürmen die Räume und Jakari wird geklatscht. Kaum ist das passiert, wird auch schon der Rappartner von Jakari gewarnt, denn Rapper Ego soll der nächste sein. Er bekommt Nachrichten, dass er sich entschuldigen soll oder er kassiert. Inzwischen haben sie Jakari wieder freigelassen und sein erster Post zu dieser Attacke ist, ihr seid hu*****. Genau das, weswegen er attackiert wurde, wiederholt er nur 5 Minuten nach der Attacke. Ob er nun wieder gejagt wird von Angie und Rais, auch Labelchef PA Sports hat sich zu dieser Aktion nicht geäußert. Es wird spannend, was hier noch passiert. Ich hab gehört, man beleidigt keine Mütter. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen umstrukturieren, weil jetzt f***en wir eure Mütter.